Herzlich Willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Wir sind immer noch in der, ja, in der Mission, kurz und knapp gesagt. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, an das Ding nahe zu kommen. Alter, will ich da schon wieder sehen, ne? Hunde! 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 Wieso wieder verdammt nochmal Hunde? Ich hasse es, wenn Hunde dabei sind. Sie versammeln die ganze Tool hier. Oh Gott, das ist weg. Scheiße! Verdammt, der Mist! Der passte so auf auf die Hunde und dann... Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. So. Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiße! Leck mich, Alter! Ich hasse diesen Hund, ich hasse ihn! Ich bin ja sonst tierlieb. Und ich liebe Hunde auch, aber... Diese Drecks-Töne, ne? Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Ich hasse es. Das hat mich schon in Splinter Cell Pandora Tomorrow angekostet, mit den verdammten Hunden. Und ich überlege gerade, ob ich irgendwas habe. Schon einmal die Haftkamera benutzen. Achso, auf dem Video Gamepad, so. Mal schauen, äh... Komm her, blöde Scheiße! Äh, verlassen oder halten zum Seaktivieren? Verlassen. So, der, der ist erstmal, äh, schlafen gegangen. Gut. Einfach. Ja. 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 Das wäre eigentlich die Möglichkeit, indem er so liegt, hinlaufen und ihn fangen. Das wäre es. Ja. Aber was der jetzt? Ja, such mal fein, such mal. Nein, der muss sich in die andere Richtung drehen. Hm? Dein Anführer ist es nicht wert, dass du dein Leben für ihn noch wirst. Was heißt jetzt fixieren und markieren? Hm, ich hab sie noch halten, um den Körper aufzuheben. Ja, am besten wäre nämlich, wenn wir ihn in einen dunklen Raum, in einer dunklen Ecke. Alter, was für die erste Mucke? Mal gucken, ob da noch ein paar Runde sind. Aber sieht nicht so aus. Aber jetzt muss ich nach da hinten hin. Und das wird schwierig. Alter, da ist noch jemand. Das ist, glaube ich, da unten. Hier. Die nächsten Schritte muss ich wirklich gut durchplanen. Wenn wir mal die Kamera deaktivieren. Dann sehe ich eine gute Idee vielleicht. So. Ja, komm mal schön hier. Ja. 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 Nein! No! Hass! Weil ich nicht drauf gefasst war auf den Scheiß da. So. Nochmal. Scheiße! Weil die Haftkamera nicht ausgewählt habe. Ich Idiot! Kein Wunder, dass er mich sofort entdeckt hat, dieser blöde Köder. Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. So, Haftkamera auswählen. So. Wo ist der Köder? Da! Komm her, du scheiß Viech! So. Der geschlägt. Er ist bewusstlos. Hier wurde einer K.O. geschlagen. Sucht eine weiter! Komm hier zurück! Kann ich auch gleich deaktivieren. Komm her! Jemand hat ihn umgehauen! Oh! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! auch ganz gut so ich sehe überhaupt nichts nichts hier ist gar nichts wo sind sie hier hier So, los wieder runter hier. Sieht doch gut aus. Ich sollte mir vielleicht ein paar Haftkameras wieder besorgen. Aber das geht nicht. So, hab ich eben alle verbraucht. Klasse! Den muss ich einfangen. Den muss ich einfangen. Und... Ich glaube, da ist jemand. Schöygon. Hier ist das Vogelchen. Der Feind muss dort sein. Scheiße, 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 scheiße. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, er ist da drüben. Du glaubst es aber auch nur, du weißt es nicht. So. So. Die werden wir auch in eine sichere Ecke bringen. Jetzt fragt sich, wie viele sind noch, ne? Wie viele sind jetzt noch? Vor allem, wo sind sie? Wo sind sie? Na, da hinzukommen wird jetzt nicht allzu schwer sein. Das Problem sind die Leute, die hier sind. Wo denn? Da! Wie sieht es damit aus? Da erscheint nämlich noch welche zu sein. Da wäre am besten... Ja, wie wäre das jetzt am besten? Was ist denn da hinten hin? Was ist denn da hinten? Was ist denn da hinten hin? Ja, haben Sie es jetzt gehört? Ich höre schon, Gespenste am Arsch, du Gespenste, Mann. Dann komm her hier. So, hab ich davon auch nichts mehr. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Wir müssen weiter suchen. Oh. 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 Wir haben eine neue Kaffee für dich! Eine neue Edition! Hier ist der Schwäber. Das ist gut! Ich bin der Nurekowakim F-S-Team. Ich bin der Nurekowakim F-S-Team. Könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen. Dann los! Es sind ja nur noch wirklich zwei. Da ist jemand! Oh, super! Na? Ja, der Kerl ist da drüben! Wo ist der andere Mistkehl? Den sehe ich jetzt nämlich nicht. Scheint dann wohl auch gerade nicht in der Nähe zu sein. Aber die Zeit ist eigentlich schon wieder um. Der muss da hinten wohl irgendwo sein. Wir werden die Folge trotzdem erstmal beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid zu... Morgen... Nee, nicht morgen. Das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Splinter Cell Blacklist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und haut rein. Tschau!